Wir können als EVG Kritik gut vertragen und auch in der EVG. Wir können uns auch streiten und wir können auch Streit aushalten. Aber was wir im Augenblick nicht gebrauchen können, ist der Versuch, die Eisenbahnerfamilie zu spalten. Populistische Seitenhiebe von denjenigen, die tatsächlich keine Verantwortung übernehmen. Das haben wir getan und wir haben auch darum gerungen in den Gremien, in der Tarifkommission, im Tarifausschuss, im Bundesvorstand. Aber wir haben das Bündnis geschlossen, um Geld in das System Bahn reinspülen zu können. Und wir haben Tarifverhandlungen im Bereich der Deutschen Bahn AG geführt und haben da Verantwortung übernommen, genau für die Kolleginnen und Kollegen, die unter der Corona-Krise jetzt leiden, die die größte Wirtschaftskrise ist, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Und wir haben da die Arbeitsplätze abgesichert. Wir haben da Verantwortung dafür übernommen, dass weiter eingestellt wird und das System Bahn so eine Zukunft hat. Wir haben auch Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen übernommen, die Kinder haben und einfach vor einer ganz schwierigen Betreuungssituation mit Quarantänen, mit Lockdown stehen. Und das, was wir da ausgehandelt haben, gilt für alle, die da arbeiten. Wir haben auch im Bereich SBNV noch einiges zu tun. Da haben wir einen Verdrängungswettbewerb. Wir haben Unternehmen, die wirklich schwierig dastehen im Augenblick. Und auch da gilt es, Arbeitsplätze zu sichern. Auch da gilt es, aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Und auch da kann man alles andere gebrauchen, als Berufsgruppen auseinander zu dividieren, zu spalten und Hass zu säen. Wir müssen jetzt als Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zusammenstehen und zusehen, dass es überall und für alle fair nach vorne geht.